Hallo und willkommen bei einem neuen Part bei M&Brossing Newlies. Ähm, und heute wollten wir auch mal die Amiibus-Figure, ähm, dank der neuen Update im letzten Video, gerne mal ausprobiere. Ähm, hab mir das noch vorbereitet, hab mir die Amiibus mal zusammen gesucht, zum Beispiel die Zelda-Amiibo von Die Light Princess HD und eine Amiibo-Karte. Mal gucken, ob man auch die Amiibo-Karte dabei verwenden kann. Weil ich ja, wie gesagt, kein News 3DS habe, ähm, verwende ich es einfach, ähm, was damals bei, ähm, Happy Home Design dabei war. Dann verwende ich mir einfach das. Ist irgendwie das Ding, wo man die, wo man die Karte, sag ich mal, reinbekommen kann. Und für etwas einlösen kann. So, wenn ich vor mir anfangen werde, werde ich mir kurz mal, ähm, mein, will ich kurz mal euch meinen Freundeskort zeigen. Ähm, falls irgendeiner von euch gerne mal mitspielen will, will ich, wie gesagt, dann gerne kurz meinen Freundeskort am Anfang von diesem Video zeigen. Ähm, so, ähm, so, falls irgendeiner von euch mal gerne mitspielen wollt, und mich in Zufall hier online sieht, oder mir einen Termin ausmache, wann wir zusammen spielen können, ähm, können wir dann gerne in die Kommentare zusammen ausmache. Dafür habt ihr hier meinen Freundeskort, den ist jetzt hier eingeblendet. Ähm, ja, das war ein Auto. Ähm, wie gesagt, das ist hier mein Freundeskort, den könnt ihr euch dann gerne mal eintragen. Ähm, den könnt ihr ganz einfach hier registrieren. Ähm, das war natürlich falsch. Geht einfach hier hin, Freund registriere. Und falls eure Freundeskort, wie gesagt, voll sein sollte, und mich aber trotzdem zufügen wollt, könnt ihr einfach euch hier einen Freund aussuchen. Und den, ähm, lösen. Leider kann mir hier nur 100 Freunde insgesamt haben. Jo, dann einfach auf Freund registriere, über Internet. Lokal ist nur, wenn ich direkt bei euch bin. Aber bei euch verzeihe ich das einfach über Internet. Und dann könnt ihr das hier einfach eingeben mit dem Freundeskort. Gut, da hier nochmal mein Freundeskort. Und euer Freundeskort schreibt ihr dann bitte, ähm, dann hier unter das Video. Falls ihr gerne mal mitspielen wollt, einfach hier unter das Video, euer Freundeskort. Dann werde ich mich dann hier registriere. Und dann seht ihr ja, sobald, sobald zum Beispiel mein Avatar aufblinken tut, ähm, dass ich euch schon hinzugefügt habe. Und da können wir gerne mal online spielen. So, geben wir es zurück. Und da wird einfach ankündige, wann ich zum Beispiel, zum Beispiel auf Twitter oder so, wenn ich ankündige, oder auf Facebook, wie immer. Eher auf Twitter. Äh, wenn ich ankündige, wann ich zum Beispiel eine Aufnahme werde. und dann könnt ihr gerne reinkommen. So. Haben wir einmal einen Brief. Könnt ihr euch da gerne mal selber vorlesen. Da haben wir einen, einen Apfel. Cool. Ähm, die letzte Part stand da runter, das ist, ähm, da ist ein Dünger. Und wenn man ein, ein, Geldbaum hat, und den Nebel so ein Dünner entpflanzen tut, ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher. Ähm, da versuche ich mal. Aber dafür brauche ich erstmal etwas Geld. So, erstmal die Schaufelrolle. Ja, eine Falle. Auf jeden Fall, wenn ich mir davon erstmal etwas verkaufe, um mein Geldbaum zu pflanzen zu können. So, was haben wir da? Cool, ein Fossil. Und wie gesagt, damit die Amiibos versuche ich mir auch kleines Anlauf für diese Parts. Ah, ich sag mal, wir versuchen erstmal, dass man die Amiibo-Figure, ähm, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie oder wo man die Amiibos-Figure, ähm, ähm, also einsetzen kann, also, also wo man die Amiibo-Figure, sag ich mal, hier aufrufen kann. Hey, noch mal ein Fossil. So, coole Sache. Geben wir mit der Kostel wieder rein. Ah, da haben wir nur Brief. So. Hol sie, kostet ein paar Früchte mit, damit wir auch gleich den Geldbaum, äh, einpflanzen können mit dem Dünger. Ähm, so. Müsstest du das Rathaus hin? Das Lila-Re da unten. Das wäre, glaube ich, den Salter, wo man, dass man die Amiibos machen kann, wenn ich mich irre. Abholen. Okay, versuchen wir es mal. Ab in meinem Portal, den ich irgendwie so, ähm, hinhalten muss. Okay. Irgendwie nicht. Irgendwie steht das nur, abhole. Wir haben noch 10. Leider keine. Hinterlasse. Vielleicht im Menü, für das zu machen. Okay. Irgendwie auch nicht so. Das ist leider etwas blöd. Das kann man da mit der Amiibos-Figur sogar hier erledigen. So. So. Wir haben jetzt hier, oder, Moment mal. Ich versuche einfach mal das hier, auch wenn da nicht Amiibos steht. Okay. Sie kann so nicht weiterhelfen. Vielleicht können wir hier irgendwie die Amiibos einlösen. Okay. Okay. Auf jeden Fall hat die jetzt irgendwas vor. Ah. Das ist nur mit die Bank. Die mir ja abgestalt habe. Also. So. Yeah. alles klar so reden wir stellen wir alle leute gerne mal die komplexe wie man die amibus hier machen kann das will keine neue update so wie gesagt könnt ihr gerne mal die kommentare schreibe würden mir gerne mal engagieren wie man das mit dieser amibus hier denn machen kann somit geld beim dünnen dünger machen wir gleich die pflanze wieder einfach neben haus hin ok hier haben wir auf jeden fall kann man nicht für amibus oder doch vielleicht ein museum genau ein paar fossile habe ich auch noch die ich hier gerne abgeben müsste so ich will fossile abgeben so genau die beide hier so mal gucken was mir da habe so kann man die spenden ok wie aussieht kann man die leider nicht spenden weil mir habe die schon mal abgegeben und wie schon gesagt jemand doppel habe kann man da entweder meine wohnungen stelle sogar oder verkaufen genau müsste hier dann verkaufen wir die aber ich so echt lange bis die lade sich mal erweitern tut aber egal dann verkaufen wir die mal so man sieht also auch get plan so man sieht also auch get plan so man sieht also auch get plan so sorry dafür ich sag mal wir erst mal mit 1000 aus ist besonders riskant weil wir heute und gerne mit euch die schulden abbezahlen ich probiere mir erst mal mit hause aus um die nächste weitere part also den nächsten tag dann oder übernächsten kann man ja sehen ob damit der geldbombe geklappt hat so gehen wir erst zu meinem haus zurück und dann werden wir weiter geldfarmen oh was haben wir hier du kürbiskopf oh was bekommst du da oh was bekommst du da oh ja 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 Oh, der ist weg. Ähm, haben wir heute Halloween. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich werde die einfach mal anbehalten für diese Part. Ben, na, können wir wieder meine Maske anziehen. Oder ihr könnt es halten. Welche Maske soll mir die nächsten weiteren Videos anbehalten? Die, die ich jetzt anhabe oder die, die mir davor anhabe? Gut, eure Entscheidung. Oder eine kleine Umfrage hier bei YouTube. Da könnt ihr die Umfrage gerne bei das i oben beantworten. Ähm, welche Maske mir langfristig anziehen sollte. Ähm, wenn wir diese Maske hier, machst du auch Maß. Für den Namen von dieser Maske seh, werde ich mir die kosten mal aussehen. Oder diese Maske hier. So, die Namen werde ich dann hier oben bei das i jetzt hinschreiben. Äh, aber dann könnt ihr das gerne beantworten, was für eine Maske mir langfristig anhaben sollte. Aber solange, trage ich erst mal diese Maske hier. So, geben Kosmos unser Haus wieder zurück. Jo, was wollst du? So, brauche eine Schaufel. Und... Und... Ach, Verklick. Ja, schau mal für 2000 Sternen nicht zu vertraben. Ähm... Ach, stimmt, ja. Äh, muss für den nächsten Tag warten, bis da irgendwas rauskommt. Und hier pflanze mir... Den Dünger. Also, ich hoffe, dass das so richtig war, dass man hier den Gelbbaum einpflanzen muss. Und ein Gericht daneben Dünger. Ähm, dasselbe geht, ob in Pflanze oder bei anderen Dünger. Ich hoffe, dass das so richtig war. Könnt ihr mir dann lieber gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin ich mir jetzt sehr, sehr unsicher. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall sehen wir dann den nächsten Tag dann. Die nächsten paar Videos von Alien Posting. Auf jeden Fall, ob das was geworden ist. Wieso können wir da sitzen? So. Auf jeden Fall sind das knapp 2000 Sterne, die ich mir da verbuttet habe. Da muss auf jeden Fall was werden. So. Da zieht bald einer hin. Ah, cool. Von Imanook. Mann, überall untraut. So, mach mir das mal weg. So, heute kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, vor dem Part zu Ende ist. Jetzt, ähm, ich werde heute auf jeden Fall mehrere Parts hochlade. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mehrere Parts aufnehme und die dann nach und nach hochlade. Den sieht er schon mal jetzt. Gut. Ich tue die Parts ja immer in 20 Minuten Parts splitter, wenn ich zum Beispiel eine Stunde aufnehme. Ähm, jo. Ist ja jetzt gleich so weit. Bin zum Beispiel fast bei knapp 20 Minuten bei den Parts hier. Und, jo. So. Sag mir, kostet man die Banane ein. Ähm. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie man zum Beispiel solche Früchte hier, also solche, also Früchte da unten, ähm, bekommen tut. Zum Beispiel Banane oder so. Ähm. Ähm, entweder bekommt ihr die per Post, aber sehr verscheidender ist es, dass irgendwann mal, ähm, das ist aber extrem seltsam, muss ich sagen, irgendwann mal liegt so eine Banane einfach an eurem Meer und den könnt ihr dann.